Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich bin Julia Leischig. Mich hat ein Brief von Jürgen aus Stuttgart erreicht. Er schreibt, liebe Julia, seit über 20 Jahren vermisse ich meine einzige Tochter Veronique. Meine Ex-Frau hat sie nach unserer Scheidung mit nach Spanien genommen. Sie war gerade mal 14 Jahre alt, als ich sie zum letzten Mal gesehen habe. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, sie wiederzusehen. Bitte hilf mir. Dieser Brief von Jürgen hat mich sehr berührt. Deswegen habe ich bereits nach Veronique recherchiert und ich konnte sie ausfindig machen. Ich habe mit ihr gesprochen und sie hierher nach Deutschland eingeladen. Und das Beste daran ist, Jürgen hat noch keine Ahnung davon. Flughafen Stuttgart. Hierher hat Julia Veronique, die sich mittlerweile Veronika nennt, eingeladen. Die 36-Jährige war noch ein Kleinkind, als ihre Mutter sie mit nach Spanien nahm. Ihren Vater Jürgen hat sie über 20 Jahre nicht mehr gesehen. Von Deutschland aus hatte Julia Veronika ausfindig machen können. Gemeinsam haben die beiden dann beschlossen, heute ihren völlig ahnungslosen Vater zu überraschen. Veronika? Hallo? Hallo Veronika. Ich bin Julia. Wie geht es dir? Danke, sehr gut. Willkommen in Deutschland. Vielen Dank. Sollen wir los? Gerne. Julia und Veronika machen sich direkt auf den Weg zu Jürgen, der in Remshalden, 20 Kilometer westlich von Stuttgart lebt. Auf der Fahrt haben beide die Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Veronika, ich habe dich ja hierher geholt nach Deutschland, weil dein Vater dich sucht. Was sagst du dazu? Es bedeutet mir sehr viel, dass er nach mir sucht. Kannst du mir sagen, welche Erinnerungen du noch an deinen Papa hast? Ich habe leider nur wenige Erinnerungen an meinen Vater. Ich kann mich vage daran erinnern, dass er mich in Valencia besucht hat, aber das ist schon so viele Jahre her. Veronikas Vater Jürgen verliebt sich 1976 in die Spanierin Maria del Pilar. Zwei Jahre später heiraten beide. Noch im gleichen Jahr kommt die gemeinsame Tochter zur Welt. Für die Familie die schönste Zeit. Doch als Veronika zwei Jahre alt ist, scheitert die Ehe und Jürgens Tochter zieht gemeinsam mit ihrer Mutter zurück nach Spanien. Was hat man dir denn erzählt, was damals passiert ist, warum deine Eltern nicht mehr zusammen sind? Gar nichts. Ich war ja noch ganz klein, als sie sich getrennt haben und später wurde nie darüber gesprochen. Hast du dir manchmal gewünscht, dass du deinen Vater wieder siehst? Ja, vor allem an Weihnachten und an meinem Geburtstag. Nur sporadisch darf Jürgen seine Tochter besuchen, bis Veronikas Mutter verstirbt und der Kontakt abbricht. Für immer. Veronika, ich habe dir ein Foto von deinem Papa mitgebracht. Das ist dein Papa. Oh. Er ist älter geworden. Er sieht sehr, sehr lieb aus. Wir sind ja jetzt gleich in dem Ort, wo dein Papa lebt. Wie fühlst du dich gerade? Ich bin sehr aufgeregt, aber ich freue mich unglaublich. War es gut von deinem Papa, dass er nach dir gesucht hat? Oh ja, ich freue mich sehr darüber. Ganz in der Nähe von Jürgens Wohnort macht Julia einen Zwischenstopp. Veronika muss sich jetzt noch etwas gedulden. Veronika, hier in dem Hotel erwarten die uns, die wissen Bescheid. Ich würde dich so lange hier lassen, du kannst dich ein bisschen aufwärmen. Und ich werde jetzt deinen Papa überraschen. Und du drückst die Daumen. Okay? Okay. Julia möchte den völlig ahnungslosen Jürgen überraschen. Sie macht sich auf den Weg und hofft, dass er zu Hause ist. Hier, da ist die 55. So, jetzt geht's los. Was ist denn die Tür hier? Ah, da, da ist die Tür. Welcome. Liegt das auch, da ist jemand. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin Julia Leischig. Hallo. Ist der Jürgen Herle zu Hause? Nee, der ist bei der Arbeit. Wie ist dein Name? Anja. Ich bin die Stieftochter. Ähm, Anja, wusstest du davon, dass er mir geschrieben hat? Ja, das wusste ich. Ist also gar nichts Schlimmes. Ich würde ihn nur so gerne überraschen. Wann kommt der denn? Er kommt in den Zug, mit der S-Bahn kommt er an, am Bahnhof. Also müsste er jetzt und demnächst. Um wie viel Uhr? Halb fünf, kurz nach halb fünf. Okay. Aus welcher Richtung kommt er? Auf Stuttgart. Hier am Bahnhof? Genau, hier in Gerastetten am Bahnhof. Okay, das müsste ich ja eigentlich noch schaffen. Wie spät ist es jetzt? Ähm, jetzt haben wir es. Ähm, vier. Das ist ja gut. Ja. Okay, wenn ich da jetzt hinfahre und ihn überraschen will, kann ich mir ganz sicher sein, dass du ihn nicht zwischenzeitlich auf dem Handy anrufst und mich verrätst. Ja, klar. Ja? Ja? Ehrenwort. Ja, nein. Danke. Drück mir die Daumen, gell? Bis dann, danke. Tschüss. Tschüss. Bis dann zum Bahnhof. Julia macht sich sofort auf den Weg. Nur 700 Meter von Jürgens Wohnhaus entfernt liegt der kleine Bahnhof, an dem er ankommen soll. Noch hat Julia ein wenig Zeit. Das ist der Bahnhof. Kleiner Bahnhof. So, ein paar Minuten habe ich es noch. Der war es nicht. Hui. Der fährt aber zu schnell, oder? Ah, da kommt einer. Da ist der Zug. Da ist er. Ich bin an der richtigen Tür. Der ist da. Jürgen? Hallo. Hallo. Hallo Jürgen. Ich bin Julia. Ich habe eine Überraschung. Ja? Mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Sehr überrascht jetzt. Ja. Das glaube ich. Jürgen, ich würde, geht's? Ja. Bist du jetzt aufgeregt? Ja. Ist okay, wenn wir du sagen? Ja. Kennst du mich? Ja, ja. Ja. Genau. Ja. Ich würde gerne mit dir ganz in Ruhe reden. Würde dich sozusagen begleiten und wir reden miteinander? Ja. Ich freue mich. Dann gehen wir los. Ja? 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 Jetzt bist du aufgeregt, gell? Ja, ja. Jürgen, wen suchst du? Meine Tochter Veronique. Wir wohnen in Spanien. Ich habe versucht, immer wieder Kontakt aufzunehmen, aber ich kriege keine Information. Ich weiß nicht, ob sie verzogen ist oder ob sie noch dort wohnt. Du weißt augenblicklich gar nichts? Nein. Hast du noch andere Kinder? Nein. Das ist dein einziges Kind. Mein ein und alles, ja. Wie groß ist dein Wunsch, deine Tochter wiederzusehen? Sehr groß. Ich habe keine Ahnung, wie es ihr geht, was sie macht. Ich träume oft, wie wäre das gewesen, wenn sie da wäre. Die Liebe geht nicht weg, ne? Nein. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, was würdest du ihr wirklich gerne, gerne sagen? Dass ich sie lief habe und dass ich sie nicht vergessen habe. Dass ich sie gern sein möchte, dass ich sie in den Arm nehmen kann. Jürgen, ich wusste ja durch deinen Brief und sehe es auch jetzt, wie sehr dir das auf dem Herzen liegt. Und deswegen habe ich bereits einiges unternommen, um nach deiner Tochter zu suchen. Und ich habe auch ein Suchergebnis für dich. Ja? Ich habe unter anderem auch rausbekommen, dass deine Tochter mittlerweile Veronika heißt. Und ich konnte deine Tochter finden. Ey. Erle. Ist alles gut, ist alles gut. Deiner Tochter geht's gut. Ja. Ich habe mit Veronika Kontakt aufgenommen und habe mit ihr gesprochen. Ja. Und sie hat mir für dich eine Botschaft mitgegeben. Guck mal. Hallo Papa, ich freue mich sehr, dass du nach mir suchst. Ich möchte dich unbedingt wiedersehen. Wir haben uns so lange nicht gesehen und es gibt so viel zu erzählen. Bis gleich. Hast du gehört, was sie zum Schluss gesagt hat? Ich sehe dich gleich, oder was? Ich sehe dich gleich. Nein. Deine Tochter ist da. Deine Tochter habe ich mitgebracht. Oh, ehrlich. Möchtest du sie sehen? Ja. Jetzt sofort, oder? Ja, klar. Komm. Nach 20 Jahren voller Sehnsucht sind es nur noch wenige Sekunden, bis Jürgen endlich seine Tochter in die Arme schließen kann. Jürgen, da draußen um die Ecke wartet deine Tochter auf dich. Und da draußen um die Ecke wartet, bis Jürgen. Wie geht's dir? Na gut. Und du? Auch. Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Ihr beiden, es ist so schön, euch zusammenzusehen. Ich freue mich sehr. Ihr habt jetzt ganz viel Zeit und natürlich wird euch jemand helfen zu übersetzen, damit ihr zusammenwachsen könnt. Und dann müsst ihr lernen. Du Spanisch und du wieder Deutsch. Alles Gute für euch. Danke. Halt dein Kind fest. Ja. 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 해gandous. Halt dein Kind fest.